Man konnte sehen, ob der Gladiator lächelt, wenn er gewinnt, oder ob er weint, wenn er verliert. Der einziger Schutz ist dieser Schulterschild, die ihn davon abhält, das Gegner davon abhält, dort auf den Kopf zu stechen. Oh, oh, eingefahren! Ah, schöner Wurf. Das ist jetzt nervig, den Milo. Und der sich jetzt befreien muss oder es akzeptiert. Schrei gehabt. Er öffnet, er öffnet. Starte, starte. Ein Stich in den Oberschenkel mit dem Dreizack. Der Dreizack, keine Schorte, es passiert nicht, sie tun nur so. Der Dreizack, hier unser Erdvigolos-Fat-Team, wo Milo und Bayern hat gerade einen Punkt. Applaus. Noch mal eine Koppel. Wir machen hier drei Punkte, weil wir müssen das machen. In der römischen Zeit braucht man das nicht, da hätten wir einfach gewartet, bis einer umfällt. Aber das wollen Sie nicht, die Kinder gehen ja jetzt schon. Und wir auch nicht, wir wollen ja am Montag nach Hause fahren. Weiß geht's, drei Punkte, eins zu null. Für Wohlpikolos. Feuert Sie an, Leute, die brauchen Energie. Es ist der letzte Kampf für heute. Ja, das brauchen Sie. Schreien Sie hier, weiß, weiß, weiß oder Geld, Geld, Geld. Oder Wohlpikolos, den Egerast, wenn Sie sich den Erdmerken hören. Geben Sie den Jungs ein bisschen Energie. Kommt, ey. Ja, versucht aufzuhandeln. Ja, ein Egerast ist nämlich erst knapp ein Jahr dabei. Deswegen muss der noch mit Holz kämpfen, der darf noch nicht Metall. Das muss er sich verdienen bei uns. Oh, 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 oh. Starte. Zauberer Stich für Wohlpikolos. Das hat er sogar nicht. Zwei zu null. Was soll er Ihnen noch eingeben? Bitte was? Ah, ihr dürft noch einen. Dann rette deine Ehre in der Erskopf. Zwei zu null für den Wohlpikolos. Bereit? Fuggerate. Na, das wird doch vorsichtig, ja. Und auch, Wohlpikolos, der kann sich erlauben hier, was? Halt sie an. Hält sie mit Distanz. Macht das gut. Ja, nichts passiert. Weiter geht's. Kommt, bleibt dran. Kommt schon, Leute. Top 109, oder ist das ein 3-0-Sieg? Das ist die Frage. Oh, oh, oh. Oh. Treffer in den Gesäß. Ich wollte dich auch starten. Ups. Aber mein Gott, so eine kleine Fleischwur, sagen wir mal zweieinhalb Punkte. Los, gebt ihr noch ein. Gebt ihr noch mal Energie. Klatsch. Ein Handwerk noch. Kommt schon. Fuggerate. Die kennen sich nicht. Ja, machen das heute quasi das dritte Mal überhaupt in ihrem Leben. Die wissen, wie ihr in der Einhaltung arbeitet. Unser Treffer, sauberer Treffer. Jawohl. Ins Bein. Ganz klarer Sieg. Und wie cool ist, wie Tor, hätte man gesagt.